So, hier eine Übung, die nicht zum Nachmachen geahndet ist. Man sieht hier L. Etsy. Er muss um das Hütchen 13 Mal und dann muss er einen Elfmeter schießen. Oh, und er wird dann noch pariert. L. Etsy noch ein bisschen wackelig und schlagsig. Jetzt kommt der Nächste. Jetzt kommt der Nico Reichert. Ja, weiter, weiter. Tempo, Tempo. Okay, Tempo, Gas, Gas, tiefen. Auf der Hälfte. Auf der Hälfte. Kalle, Kalle, wo ist Norden? Norden. Geil, was zu trinken. Ey, Alter, steht da stehen. Ach so? Ja. Okay. Vielen Dank.